So meine Lieben, weiter geht es. Zweiter Part von dem, wo wir eben aufgehört hatten, mit den 30 Spielen auf 4 Euro. Machen wir jetzt mal auf 8 weiter. Ich gucke jetzt mal. Wollen wir einfach mal wissen, entweder die Granate hier eingelaufen oder nicht. Entweder haben wir Glück oder nicht. Wenn die jetzt auf klein klein irgendwo vertrudeln oder was weiß ich. Ich sag mal, eins hier wird ich jetzt sowieso nicht auszahlen. Entweder knallt das jetzt hier oder ne. Sag mal so, bei zweieinhalb, dreitausend kein Thema, aber ja. So. Wer alles wissen will, wo ich hier hantiere, dies, das. Wie gesagt, Instagram ist unten in den Kommentaren. Erstes Kommentar angepinnt. Könnt ihr mich gerne anschreiben und fragen und wir schreiben dann da. Komm, 50 Autos. Ich bin hier gerade am Wochen. Komm, geh einmal rein jetzt. Oh mein Gott, geh doch mal rein, ja. Ich habe schon zigmal auf 8 Euro gezeigt, der Saukerl. Ja, ich mache natürlich jetzt immer mal so Spiele, die ich jetzt hochfeuere, weil die auch viele kennen. Das hier Masters of Book. Ich mache mal ein bisschen leiser. So Masters of Book kennt ja auch jeder. Ist ja vom Maximus wie aus der Spielerle. So, nur damit ihr auch seht, dass man die auch online hantieren kann oder was, ne. So, damit die Leute, die jetzt auch noch nicht so viel Ahnung haben von online, weil sie da halt noch in den Hallen sind oder waren, wie auch immer, aber das hier gerade erst mal so kennenlernen mäßig, damit die überhaupt wissen, wo wir hier rumlaufen. Oder wie das hier funktioniert. Klar, die Leute, die schon seit eh und je mal Halle online beides zusammen machen, für die ist das dann wahrscheinlich langweilig, wenn ich den Scheiße hier erzähle. Aber im Endeffekt, ja, muss ich das natürlich auch ein bisschen den Leuten erklären, die, ja, die gerade dazu stoßen. Sagen wir es mal so. Und, ja, Mann. Komm, man gibt doch einmal Bücher. Klar, kann er schnell fressen auf 8 Mäuse, aber ja, gut, wenn er einmal reingeht. Könnte der aber auch eine dicke Watsche werfen, ne. Eigentlich eben im anderen Video habe ich ja gesagt, ab 1, 4 gehe ich raus, wollte ich ein anderes Spiel machen. Aber weil er so oft gezeigt hatte, habe ich gedacht, ey komm, bleib mal ein bisschen drauf hängen hier. Vielleicht kommt er noch mal rein auf den 8 Mäuse. Ja, und dann könnte er natürlich auch dementsprechend knallen hier. Komm, einmal geht da noch. Ja, Mann. Ja, Mann, du bist ein bisschen leid. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt siehst du mal eine Minute nicht an der Kippe, keine Ahnung, die gehen ja direkt immer aus, die Teile. Jetzt haben wir ihn hier für Bäume gefällt. Komm, fress da jetzt nicht gnadenlos runter, du Sauhund. Komm, fress da jetzt nicht gnadenlos runter, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund. Ja, sieht alles so krass aus, drastisch aus, weil er schnell auch runterfrisst, aber andersrum, wenn wir mal überlegen, wenn wir mal auf 8 Euro reinkommen, dann kann er auch ganz schnell wieder steil nach oben gehen, deswegen verfalle ich da nicht immer so schnell in Panik, aber klar ist das eh klapp, wenn man sieht, dass die Balance nach unten marschiert. Komm, Mann, wo ist denn der Teaser hier, Mann? Lange keine zwei Bücher mehr gesehen hier. Komm. Komm, komm doch rein. Halten. Tauch doch auf, Mann. Pff. 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 ja leute gibt nicht viel zu kommentieren deswegen quatsch auch jetzt gerade nicht viel weil ich gucke mir das ja selber hier gespannt ankommen noch ein höher wenigstens schade komm jetzt ja mann komm jetzt junge wenigstens zwei verlängerungen irgendeine scheiße oder ein gutes symbol und voll oder irgendeine kacke jetzt erstmal dreckigen schluck mal ein bisschen lauter ich sage euch ganz ehrlich ich wäre froh mit einem 3er ja wir gucken einfach komm ach alter Oh, oh. Ah, kommen noch wenigstens drei, du Schwanz. Ah, scheiße, Mann. Na ja, okay. Schade, Mann. Was eine Riesenchance, ey, mit den Köpfen auch noch. Mein Gott. Ja, dann hoffen wir, dass wir eventuell direkt nochmal schnell reinkommen. Das wäre natürlich super. Schade, ey. War da mal eine Verlängerung bei gewesen oder irgendeine Kacke. Aber gut, wir kennen es ja. Köpfe ist halt immer so ein Hop- oder Top-Symbol. Komm, zeig mal eine schnelle Chance an, Mann. Für neue Hoffnung, ihr. Komm. Yes, Mann. Sauber. Ganz wichtig. Jetzt komm, Junge. Boah, schon wieder, ey, Junge. Das macht auch was. Hey, Junge, willst du mich veräppeln? Das war eine Riesenkatastrophe, ey. Dreimal Chance auf Verlängerung, ey. Macht der so eine Scheiße, der Mistpilz hier, ey. Mann, 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 ey. Ja, klar, direkt im nächsten Dreh, drei, ey. Ist das ein Schwein, ey. Naja. Schade, ey. Riesenchancen jetzt gewesen, ey. Meine Güte, ey. Wir haben mal überlegt, ey. Acht Euro, stell dir mal vor, ey. Vollbüt. 40.000 Euro, Alten. Junge, 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 ey. Sag ja, 1x3, 2x3 wäre top gewesen. Scheiße. Boah, ich mich jetzt ein bisschen auf, ey, bin ich ehrlich. Scheiße. 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 Ja, meine lieben, da mache ich das Video auf jeden Fall auch mal jetzt auf Stopp. 600 gehe ich nochmal woanders versuchen. Schade, ey. Wir hatten jetzt echt die riesen Chancen hier gehabt. Zweimal mit Köpfe, ey. Meine Güte. Aber ja gut, hätte genau andersrum auch so ballern können, ne. Überleg mal. Schade, ehrlich. Naja, meine Lieben. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und denkt dran, schreibt mich an auf Instagram, wer Fragen hat, wo ich hier am Romantieren bin. In diesem Sinne, Leute, haut rein, euer Manni.